Ich bin ein normaler Mensch, du bist ein schlampig. Ey, krass. Hast du schon gehört, Ryan Gosling ist tot. Ach, heutzutage ist doch alles und jeder tot. Das sind alles Fake News. Also ich muss schon sagen, mein Facebook-Profil, das ist wirklich perfekt. Ich bin in einer Beziehung mit einem super süßen Typen, ich habe 750 Facebook-Freunde und ich habe die tollste, beste Freundin, die man sich nur vorstellen kann. Ja, super, Sophia, aber denkst du nicht, dass du jetzt langsam ein bisschen übertreibst? Man erkennt dich nicht mal und als ob dir jeder glaubt, dass du mit diesem Typen zusammen bist. Dein Profil müssen wir auch mal wieder aufpeppen. Okay, pass auf. Ich öffne mal eben Photoshop. Ähm, vielleicht ein bisschen Lippenstift. Ja, das gefällt mir sehr gut. Sophia, hier auf dem Foto, das ist deine Mama. Eine Eilmeldung im Umkreis. Ein Autounfall, wir müssen da sofort hin. Die suchen den nächsten Angehörigen für eine Blutspende. Ja genau, sonst noch was? Ist doch eh alles Fake. Sonst würden die mich doch anrufen. Ach, du meinst auf dem Telefon, was du seit Wochen nicht mehr aufgeladen hast? Oh mein Gott, wir müssen da hin. Ihr habt doch die gleiche Blutgruppe, oder nicht? Komm mal runter, das ist eh nur irgendein Nerd, der da irgendwelche Fake-News erstellt, um die Leute zu verwirren. Ach so, du meinst so wie du? Ja, genauso wie ich. Stolzer Besitzer von 37 Facebook-Fake-Profilen. Stolz? Sophia, die echten Menschen brauchen dich. Du bist so überzeugt von deinen eigenen Fakes, dass du nicht einmal realisierst, dass ich einer davon bin.